Erstes Hauptstück von den ersten und letzten Dingen. Chemie der Begriffe und Empfindungen. Die philosophischen Probleme nehmen jetzt wieder fast in allen Stücken dieselbe Form der Frage an wie vor 2000 Jahren. Wie kann etwas aus seinem Gegensatz entstehen, zum Beispiel Vernünftiges aus Vernunftlosem, Empfindendes aus Totem, Logik aus Unlogik, Interessenloses Anschauen aus begehrlichem Wollen, Leben für andere aus Egoismus, Wahrheit aus Irrtümern. Die metaphysische Philosophie half sich bisher über diese Schwierigkeit hinweg, insofern sie die Entstehung des einen aus dem anderen leugnete und für die höher gewerteten Dinge einen Wunderursprung annahm, unmittelbar aus dem Kern und Wesen des Dinges an sich heraus. Die historische Philosophie dagegen, welche gar nicht mehr getrennt von der Naturwissenschaft zu denken ist, die allerjüngste aller philosophischen Methoden ermittelte in einzelnen Fällen und vermutlich wird dies in allen ihr Ergebnis sein, dass es keine Gegensätze sind, außer in der gewohnten Übertreibung der populären oder metaphysischen Auffassung und dass ein Irrtum der Vernunft dieser Gegenüberstellung zugrunde liegt. Nach ihrer Erklärung gibt es, streng gefasst, weder ein unegoistisches Handeln noch ein völlig interessenloses Anschauen. Es sind beides nur Sublimierungen, bei denen das Grundelement fast verflüchtigt erscheint und nur noch für die feinste Beobachtung sich als vorhanden erweist. Alles, was wir brauchen und was erst bei der gegenwärtigen Höhe der einzelnen Wissenschaften uns gegeben werden kann, ist eine Chemie der moralischen, religiösen, ästhetischen Vorstellungen und Empfindungen, ebenso aller Regungen, welche wir im Groß- und Kleinverkehr der Kultur und Gesellschaft ja in der Einsamkeit an uns erleben. Wie, wenn diese Chemie mit dem Ergebnis abschlüsse, dass auch auf diesem Gebiete die herrlichsten Farben aus niedrigen, ja verachteten Stoffen gewonnen sind, werden viele Lust haben, solchen Untersuchungen zu folgen? Die Menschheit liebt es, die Fragen über Herkunft und Anfänge sich aus dem Sinne zu schlagen. Muss man nicht fast entmenscht sein, um den entgegengesetzten Hang in sich zu spüren? Erbfehler der Philosophen Alle Philosophen haben den gemeinsamen Fehler an sich, dass sie vom gegenwärtigen Menschen ausgehen und durch eine Analyse desselben ans Ziel zu kommen meinen. Unwillkürlich schwebt ihnen der Mensch als eine eterna veritas, als ein gleichbleibendes in allem Strudel, als ein sicheres Maß der Dinge vor. Alles, was der Philosoph über den Menschen aussagt, ist aber im Grunde nicht mehr als ein Zeugnis über den Menschen eines sehr beschränkten Zeitraums. Mangel an historischem Sinn ist der Erbfehler aller Philosophen. Manche sogar nehmen unversehens die allerjüngste Gestaltung des Menschen, wie eine solche unter dem Eindruck bestimmter Religionen, ja bestimmter politischer Ereignisse entstanden ist, als die feste Form, von der man ausgehen müsse. Sie wollen nicht lernen, dass der Mensch geworden ist, dass auch das Erkenntnisvermögen geworden ist, während einige von ihnen sogar die ganze Welt aus diesem Erkenntnisvermögen sich herausspinnen lassen. Nun ist alles Wesentliche der menschlichen Entwicklung in Urzeiten vor sich gegangen, lange vor jenen 4000 Jahren, die wir ungefähr kennen. In diesen mag sich der Mensch nicht viel mehr verändert haben. Da sieht aber der Philosoph Instinkte am gegenwärtigen Menschen und nimmt an, dass diese zu den unveränderlichen Tatsachen des Menschen gehören und insofern einen Schlüssel zum Verständnis der Welt überhaupt abgeben können. Die ganze Teleologie ist darauf gebaut, dass man vom Menschen der letzten vier Jahrtausende als von einem Ewigen redet, zu welchem hin alle Dinge in der Welt von ihrem Anbeginne eine natürliche Richtung haben. Alles aber ist geworden. Es gibt keine ewigen Tatsachen, so wie es keine absoluten Wahrheiten gibt. Demnach ist das historische Philosophieren von jetzt ab nötig und mit ihm die Tugend der Bescheidung. Schätzung der unscheinbaren Wahrheiten Es ist das Merkmal einer höheren Kultur, die kleinen unscheinbaren Wahrheiten, welche mit strenger Methode gefunden wurden, höher zu schätzen als die beglückenden und blendenden Irrtümer, welche mit der physischen und künstlerischen Zeitaltern und Menschen entstammen. Zunächst hat man gegen erstere den Hohn auf den Lippen, als könne hier gar nichts Gleichartiges gegeneinander stehen, so bescheiden, schlicht, nüchtern, ja scheinbar entmutigend stehen diese, so schön, prunkend, berauschend, ja vielleicht, beseligend stehen jene da. Aber das mühsam Errungene, gewisse, dauernde und deshalb für jede weitere Erkenntnis noch folgereiche ist doch das Höhere. Zu ihm sich zu halten ist männlich und zeigt Tapferkeit, Schlichtheit, Enthaltsamkeit. Allmählich wird nicht nur der Einzelne, sondern die gesamte Menschheit zu dieser Männlichkeit emporgehoben werden, wenn sie sich endlich an die höhere Schätzung der haltbaren, dauerhaften Erkenntnisse gewöhnt und allen Glauben an Inspirationen und wundergleiche Mitteilung von Wahrheiten verloren hat. Die Verehrer der Formen, freilich, mit ihrem Maßstabe des Schönen und Erhabenen werden zunächst gute Gründe zu spotten haben, sobald die Schätzung der unscheinbaren Wahrheiten und der wissenschaftliche Geist anfängt, zur Herrschaft zu kommen. Aber nur, weil entweder ihr Auge sich noch nicht dem Reiz der schlichtesten Form erschlossen hat oder weil die in jenem Geiste erzogenen Menschen noch lange nicht völlig und innerlich von ihm durchdrungen sind, so dass sie immer noch gedankenlos alte Formen nachmachen und ist schlecht genug, wie es jemand tut, dem nicht mehr viel an einer Sache liegt. Jemals war der Geist nicht durch strenges Denken in Anspruch genommen, da lag sein Ernst im Ausspinnen von Symbolen und Formen. Das hat sich verändert. Jener Ernst des Symbolischen ist zum Kennzeichen der niederen Kultur geworden. Wie unsere Künste selber immer intellektualer, unsere Sinne geistiger geworden sind und wie man zum Beispiel jetzt ganz anders darüber urteilt, was sinnlich wohltönend ist als vor hundert Jahren, so werden auch die Formen unseres Lebens immer geistiger, für das Auge älterer Zeiten vielleicht hässlicher, aber nur, weil es nicht zu sehen vermag, wie das Reich der inneren geistigen Schönheit sich fortwährend vertieft und erweitert und inwiefern uns allen der geistreiche Blick jetzt mehr gelten darf als der schönste Gliederbau und das erhabenste Bauwerk. Astrologie und Verwandtes Es ist wahrscheinlich, dass die Objekte des religiösen, moralischen und ästhetischen Empfindens ebenfalls nur zur Oberfläche der Dinge gehören, während der Mensch gerne glaubt, dass er hier wenigstens an das Herz der Welt rühre. Er täuscht sich, weil jene Dinge ihn so tief beseeligen und so tief unglücklich machen und zeigt also hier denselben Stolz wie bei der Astrologie. Denn diese meint, der Sternenhimmel dreht sich um das Los des Menschen. Der moralische Mensch aber setzt voraus, das, was ihm wesentlich am Herzen liege, müsse auch Wesen und Herz der Dinge sein. Missverständnis des Traumes Im Traum glaubte der Mensch in den Zeitaltern hoher, uranfänglicher Kultur eine zweite reale Welt kennenzulernen. Hier ist der Ursprung aller Metaphysik. Ohne den Traum hätte man keinen Anlass zu einer Scheidung der Welt gefunden. Auch die Zerlegung in Seele und Leib hängt mit der ältesten Auffassung des Traumes zusammen, ebenso die Annahme eines Seelenscheinlebens, also die Herkunft alles Geisterglaubens und wahrscheinlich auch des Götterglaubens. Der Tote lebt fort, denn er erscheint dem Lebenden im Traume. So schloß man eh dem durch viele Jahrtausende hindurch. Der Geist der Wissenschaft im Teil, nicht im Ganzen mächtig. Die getrennten, kleinsten Gebiete der Wissenschaft werden rein sachlich behandelt. Die allgemeinen großen Wissenschaften dagegen legen, als Ganzes betrachtet, die Frage, eine recht unsachliche Frage freilich, auf die Lippen, wozu, zu welchem Nutzen. Wegen dieser Rücksicht auf den Nutzen werden sie als Ganzes weniger unpersönlich als in ihren Teilen behandelt. Bei der Philosophie nun gar als bei der Spitze der gesamten Wissenspyramide wird unwillkürlich die Frage nach dem Nutzen der Erkenntnis überhaupt aufgeworfen und jede Philosophie hat unbewusst die Absicht, ihr den höchsten Nutzen zuzuschreiben. Deshalb gibt es in allen Philosophien so viel hochfliegende Metaphysik und eine solche Scheu vor den unbedeutend erscheinenden Lösungen der Physik. Denn die Bedeutsamkeit der Erkenntnis für das Leben soll so groß als möglich erscheinen. Hier ist der Antagonismus zwischen den wissenschaftlichen Einzelgebieten und der Philosophie. Letztere will, was die Kunst will, dem Leben und Handeln möglichst die Tiefe und Bedeutung geben. In ersteren sucht man Erkenntnis und nichts weiter, was dabei auch herauskomme. Es hat bis jetzt noch keinen Philosophen gegeben, unter dessen Händen die Philosophie nicht zu einer Apologie der Erkenntnis geworden wäre. In diesem Punkte wenigstens ist ein jeder Optimist, dass dieser die höchste Nützlichkeit zugesprochen werden müsse. Sie alle werden von der Logik tyrannisiert und diese ist ihrem Wesen nach Optimismus. Der Störenfeind der Wissenschaft Die Philosophie schied sich von der Wissenschaft, als sie die Frage stellte, welches ist diejenige Erkenntnis der Welt und des Lebens, bei welcher der Mensch am glücklichsten lebt. Dies geschah in den sokratischen Schulen. Durch den Gesichtspunkt des Glücks unterband man die Blutadern der wissenschaftlichen Forschung und tut es heute noch. Pneumatische Erklärung der Natur Die Metaphysik erklärt die Schrift der Natur gleichsam pneumatisch, wie die Kirche und ihre Gelehrten es ehemals mit der Bibel taten. Es gehört sehr viel Verstand dazu, um auf die Natur dieselbe Art der strengen Erklärungskunst anzuwenden, wie jetzt die Philologen sie für alle Bücher geschaffen haben. Mit der Absicht, schlicht zu verstehen, was die Schrift sagen will, aber nicht einen doppelten Sinn zu wittern, ja vorauszusetzen. Wie aber selbst in Betreff der Bücher die schlechteste Erklärungskunst keineswegs völlig überwunden ist und man in der besten gebildeten Gesellschaft noch fortwährend auf Überreste allegorischer und mystischer Ausdeutung stößt, so steht es auch in Betreff der Natur ja noch viel schlimmer. Metaphysische Welt Es ist wahr, es könnte eine metaphysische Welt geben. Die absolute Möglichkeit davon ist kaum zu bekämpfen. Wir sehen alle Dinge durch den Menschenkopf an und können diesen Kopf nicht abschneiden. Während doch die Frage übrig bleibt, was von der Welt noch da wäre, wenn man ihn doch abgeschnitten hätte. Dies ist ein rein wissenschaftliches Problem und nicht sehr geeignet, den Menschen Sorge zu machen, aber alles, was ihnen bisher der metaphysische Annahmen wertvoll, schreckvoll, lustvoll gemacht, was sie erzeugt hat, ist Leidenschaft, Irrtum und Selbstbetrug. Die allerschlechtesten Methoden der Erkenntnis, nicht die allerbesten, haben daran Glauben lehren. Wenn man diese Methoden als das Fundament aller vorhandenen Religionen und Metaphysiken aufgedeckt hat, hat man sie widerlegt. Dann bleibt immer noch jene Möglichkeit übrig, aber mit ihr kann man gar nichts anfangen, geschweige denn, dass man Glück, Heil und Leben von den Spinnenfäden einer solchen Möglichkeit abhängen lassen dürfte. Denn man könnte von der metaphysischen Welt gar nichts aussagen, als ein Anderssein, ein uns unzugängliches, unbegreifliches Anderssein. Es wäre ein Ding mit negativen Eigenschaften. Wäre die Existenz einer solchen Welt noch so gut bewiesen, so stünde doch fest, dass die gleichgültigste aller Erkenntnisse eben ihre Erkenntnis wäre. Noch gleichgültiger als dem Schiffer in Sturmesgefahr die Erkenntnis von der chemischen Analysis des Wassers sein muss. Harmlosigkeit der Metaphysik in der Zukunft Sobald die Religion, Kunst und Moral in ihrer Entstehung so beschrieben sind, dass man sie vollständig sich erklären kann, ohne zur Annahme metaphysischer Eingriffe am Beginn und im Verlaufe der Bahn seine Zuflucht zu nehmen, wird das stärkste Interesse an dem rein theoretischen Problem vom Ding an sich und der Erscheinung auf. Denn wie es hier auch stehe, mit Religion, Kunst und Moral rühren wir nicht an das Wesen der Welt an sich. Wir sind im Bereich der Vorstellung keine Ahnung kann uns weitertragen. Mit voller Ruhe wird man der Frage, wie unser Weltbild so stark sich von dem erschlossenen Wesen der Welt unterscheiden könne, der Physiologie und der Entwicklungsgeschichte der Organismen und Begriffe überlassen. Die Sprache als vermeintliche Wissenschaft Die Bedeutung der Sprache für die Entwicklung der Kultur liegt darin, dass in jeder Mensch eine eigene Welt neben die andere stellt. Einen Ort, welchen er für so festhielt, um von ihm aus die übrige Welt aus den Angeln zu heben und sich zum Herrn derselben zu machen. Insofern der Mensch an die Begriffe und Namen der Dinge als an Eterne Veritates durch lange Zeitstrecken hindurch geglaubt hat, hat er sich jenen Stolz angeeignet, mit dem er sich über das Tier erhob. Er meinte wirklich die Sprache der Erkenntnis der Welt zu haben. Der Sprachbildner war nicht zu bescheiden zu glauben, dass er den Dingen eben nur Bezeichnungen gebe. Er drückte vielmehr, wie er erwähnte, das höchste Wesen über die Dinge mit den Worten aus. In der Tat ist die Sprache die erste Stufe der Bemühung um die Wissenschaft. Der Glaube an die gefundene Wahrheit ist es auch hier, aus dem die mächtigsten Kraftquellen geflossen sind. Sehr nachträglich, erst jetzt, dämmert es den Menschen auf, dass sie einen ungeheuren Irrtum in ihrem Glauben an die Sprache propagiert haben. Glücklicherweise ist es zu spät, als dass es die Entwicklung der Vernunft, die auf jenem Glauben beruht, wieder rückgängig machen könnte. Auch die Logik beruht auf Voraussetzungen, denen nichts in der wirklichen Welt entspricht. Zum Beispiel auf der Voraussetzung der Gleichheit von Dingen, der Identität des selben Dings in verschiedenen Punkten der Zeit. Aber jene Wissenschaft entstand durch den entgegengesetzten Glauben, dass es dergleichen in der wirklichen Welt allerdings gäbe. Ebenso sehr steht es mit der Mathematik, welche gewiss nicht entstanden wäre, wenn man von Anfang an gewusst hätte, dass es in der Natur keine exakt gerade Linie, keinen wirklichen Kreis, kein absolutes Größenmaß gäbe. Traum und Kultur Die Gehirnfunktion, welche durch den Schlaf am meisten beeinträchtigt wird, ist das Gedächtnis. Nicht, dass es ganz pausierte, aber es ist auf einen Zustand der Unvollkommenheit zurückgebracht, wie es in Urzeiten der Menschheit bei jedermann am Tage und im Wachen gewesen sein mag. Willkürlich und verworren, wie es ist, verwechselt es fortwährend die Dinge aufgrund der flüchtigen Ahnlichkeiten. Aber mit derselben Willkür und Verworrenheit dichteten die Völker ihre Mythologien und noch jetzt pflegen Reisende zu beobachten, wie sehr der Wilde zur Vergeßlichkeit neigt, wie sein Geist nach kurzer Anspannung des Gedächtnisses hin und her zu taumeln beginnt und er aus bloßer Erschlaffung, Lügen und Unsinn hervorbringt. Aber wir alle gleichen im Traume diesem Wilden. Das Schlechte Wiedererkennen und Irrtümliche Gleichsetzen ist der Grund des schlechten Schließens, dessen wir uns im Traume schuldig machen, sodass wir bei deutlicher Vergegenwärtigung eines Traumes vor uns erschrecken, weil wir so viel Narrheit in uns bergen. Die vollkommene Deutlichkeit aller Traumvorstellungen, welche den unbedingten Glauben an ihre Realität zur Voraussetzung hat, erinnert uns wieder an Zustände früherer Menschheit, in der die Halluzination außerordentlich häufig war und mitunter ganze Gemeinden, ganze Völker gleichzeitig ergriff. Also, im Schlaf und Traum machen wir das Pensum früheren Menschentums noch einmal durch. Logik des Traumes Im Schlafe ist fortwährend unser Nervensystem durch mannigfache innere Anlässe in Erregung. Fast alle Organe sezernieren und sind in Tätigkeit. Das Blut macht seinen ungestümen Kreislauf, die Lage des Schlafenden drückt einzelne Glieder, seine Decken beeinflussen die Empfindungen verschiedenartig, der Magen verdaut und beunruhigt mit seinen Bewegungen andere Organe, die Gedärme winden sich, die Stellung des Kopfes bringt ungewöhnliche Muskellagen mit sich, die Füße unbeschut, nicht mit den Sohlen den Boden drückend, verursachen das Gefühl des Ungewöhnlichen ebenso wie die andersartige Bekleidung des ganzen Körpers. Alles dies, nach seinem täglichen Wechsel und Grade, erregt durch seine Außergewöhnlichkeit das gesamte System bis in die Gehirnfunktion hinein. Und so gibt es hundert Anlässe für den Geist, um sich zu verwundern und nach Gründen dieser Erregung zu suchen. Der Traum aber ist das Suchen und Vorstellen der Ursachen für jene erregten Empfindungen, das heißt der vermeintlichen Ursachen. Wer zum Beispiel seine Füße mit zwei Riemen umgürtet, träumt wohl, dass zwei Schlangen seine Füße umringen. Dies ist zuerst eine Hypothese, so dann ein Glauben mit einer begleitenden bildlichen Vorstellung und Ausdichtung. Diese Schlangen müssen die Causa jener Empfindung sein, welche ich, der Schlafende, habe, so urteilt der Geist des Schlafenden. Die so erschlossene nächste Vergangenheit wird durch die erregte Fantasie ihm zur Gegenwart. So weiß jeder aus Erfahrung, wie schnell der Träumende einen starken, an ihn dringenden Ton, zum Beispiel Glockenläuten Kanonenschüsse in seinen Traum verpflicht, das heißt aus ihm hinterdrein erklärt, so dass er zuerst die veranlassenden Umstände dann jenen Ton zu erleben meint. Wie kommt es aber, dass der Geist des Träumenden immer so fehlgreift, während derselbe Geist im Wachen so nüchtern, behutsam und in Bezug auf Hypothesen so skeptisch zu sein pflegt, so dass ihm die erste beste Hypothese zur Erklärung eines Gefühls genügt, um sofort an ihre Wahrheiten zu glauben. Denn wir glauben im Traume an den Traum als sei er Realität, das heißt wir halten unsere Hypothese für völlig erwiesen. Ich meine, wie jetzt noch der Mensch im Traume schließt, schloss die Menschheit auch im Wachen viele Jahrtausende hindurch. Die erste Causa, die dem Geiste einfiel, um irgendetwas, das der Erklärung bedurfte, zu erklären, genügte ihm und galt als Wahrheit. So verfahren nach den Erzählungen der Reisenden die wilden heute noch. Im Traume übt sich dieses uralte Stück Menschentum in uns fort, denn es ist die Grundlage, auf der die höhere Vernunft sich entwickelte und in jedem Menschen sich noch entwickelt. Der Traum bringt uns in ferne Zustände der menschlichen Kultur wieder zurück und gibt ein Mittel an die Hand, sie besser zu verstehen. Das Traumdenken wird uns jetzt so leicht, weil wir in ungeheuren Entwicklungsstrecken der Menschheit fantastischen und wohlfeilen Erklärens aus dem ersten beliebigen Einfall heraus so gut eingedrillt worden sind. Insofern ist der Traum eine Erholung für das Gehirn, welches am Tage den strengeren Anforderungen an das Denken zu genügen hat, wie sie von der höheren Kultur gestellt werden. Einen Verwandtenvorgang können wir geradezu als Pforte und Vorhalle des Traumes noch bei wachem Verstande in Augenschein nehmen. Schließen wir die Augen, so produziert das Gehirn eine Menge von Lichteindrücken und Farben, wahrscheinlich als eine Art Nachspiel und Echo aller jener Lichtwirkungen, welche am Tage auf dasselbe eindringen. Nun verarbeitet aber der Verstand mit der Fantasie im Bunde diese an sich formlosen Farbenspiele sofort zu bestimmten Figuren, Gestalten, Landschaften, belebten Gruppen. Der eigentliche Vorgang dabei ist wiederum eine Art Schluss von der Wirkung auf die Ursache. Indem der Geist fragt, woher diese Lichteindrücke und Farben, so poniert er als Ursachen jene Figuren Gestalten. Sie gelten ihm als die Veranlassungen jener Farben und Lichter, weil er am Tage bei offenen Augen gewohnt ist, zu jeder Farbe, jedem Lichteindruck eine veranlassende Ursache zu finden. Hier also schiebt ihm die Fantasie fortwährend Bilder vor, indem sie an die Gesichtseindrücke des Tages sich in ihrer Produktion anlehnt und gerade so macht es die Traumfantasie. Das heißt, die unvermeidliche Ursache wird aus der Wirkung erschlossen und nach der Wirkung vorgestellt. Alles dies mit außerordentlicher Schnelligkeit, sodass hier wie beim Taschenspieler eine Verwirrung des Urteils entstehen und ein Nacheinander sich wie etwas Gleichzeitiges, selbst wie ein Umgedrehtes, nacheinander ausnehmen kann. Wir können aus diesen Vorgängen entnehmen, wie spät das schärfere logische Denken, das Strengnehmen von Ursache und Wirkung entwickelt worden ist, wenn unsere Vernunft und Verstandesfunktionen jetzt noch unwillkürlich nach jenen primitiven Formen des Schließens zurückgreifen und wir ziemlich die Hälfte unseres Lebens in diesem Zustand leben. Auch der Dichter, der Künstler schiebt seinen Stimmungen und Zuständen Ursachen unter, welche durchaus nicht die Waren sind. Er erinnert insofern an älteres Menschentum und kann uns zum Verständnisse desselben verhelfen. Alle stärkeren Stimmungen bringen ein Miterklingen verwandter Empfindungen und Stimmungen mit sich. Sie wühlen gleichsam das Gedächtnis auf. Es erinnert sich bei ihnen etwas in uns und wird sich ähnlicher Zustände und deren Herkunft bewusst. So bilden sich angewöhnte, rasche Verbindungen von Gefühlen und Gedanken, welche zuletzt, wenn sie blitzschnell hintereinander erfolgen, nicht einmal mehr als Komplexe, sondern als Einheiten empfunden werden. In diesem Sinne redet man vom moralischen Gefühle, vom religiösen Gefühle, wie als ob dies lauter Einheiten seien. In Wahrheit sind sie Ströme mit hunderten Quellen und Zuflüssen. Auch hier, wie so oft, verbirgt die Einheit des Wortes nichts für die Einheit der Sache. Kein Innen und Außen in der Welt Wie Demokrit die Begriffe oben und unten auf den unendlichen Raum übertrug, wo sie keinen Sinn haben, so die Philosophen überhaupt den Begriff Innen und Außen auf Wesen und Erscheinung der Welt. Sie meinen, mit tiefen Gefühlen komme man tief ins Innere, nahe man sich dem Herzen der Natur. Aber diese Gefühle sind nur insofern tief, als mit ihnen kaum bemerkbar, gewisse komplizierte Gedankengruppen regelmäßig erregt werden, welche wir tief nennen. Ein Gefühl ist tief, wenn wir den begleitenden Gedanken für tief halten. Aber der tiefe Gedanke kann dennoch der Wahrheit sehr fern sein, zum Beispiel jeder metaphysische. Rechnet man vom tiefen Gefühle die beigemischten Gedankenelemente ab, so bleibt das starke Gefühl übrig, und dieses verbirgt nichts für die Erkenntnis als sich selbst, ebenso wie der starke Glaube nur seine Stärke, nicht die Wahrheit des Geglaubten beweist. Erscheinung und Ding an sich Die Philosophen pflegen sich vor das Leben und Erfahrung, vor das, was sie die Welt der Erscheinung nennen, wie vor ein Gemälde hinzustellen, das ein für allemal entrollt ist und unveränderlich fest denselben Vorgang zeigt. Diesen Vorgang, meinen sie, müsse man richtig ausdeuten, um damit einen Schluss auf das Wesen zu machen, welches das Gemälde hervorgebracht habe. Also auf das Ding an sich, das immer als der zureichende Grund der Welt der Erscheinung angesehen zu werden pflegt. Dagegen haben strengere Logiker, nachdem sie den Begriff des Metaphysischen scharf als den des Unbedingten, folglich auch Unbedingenden festgestellt hatten, jeden Zusammenhang zwischen dem Unbedingten, der Metaphysischen Welt und der uns bekannten Welt in Abrede gestellt. So daß in der Erscheinung ebenso durchaus nicht das Ding an sich erscheine und von jener auf dieses jeder Schluss abzulehnen sei. Von beiden Seiten ist aber die Möglichkeit übersehen, daß jenes Gemälde das, was jetzt uns Menschen Leben und Erfahrung heißt, allmählich geworden ist, ja noch völlig im Werden ist und deshalb nicht als feste Größe betrachtet werden soll, von welcher aus man einen Schluss über den Urheber den zureichenden Grund machen oder auch nur ablehnen dürfte. Dadurch, daß wir seit Jahrtausenden mit moralischen, ästhetischen, religiösen Ansprüchen mit blinder Neigung, Leidenschaft oder Furcht in die Welt geblickt und uns in den Unarten des unlogischen Denkens recht ausgeschwelgt haben, ist diese Welt allmählich so wundersam bunt, schrecklich, bedeutungstief, seelenvoll geworden, sie hat Farbe bekommen, aber wir sind die Koloristen gewesen, der menschliche Intellekt hat die Erscheinung erscheinen lassen und seine irrtümlichen Grundauffassungen in die Dinge hineingetragen, spät, sehr spät besinnt er sich, und jetzt scheinen ihm die Welt der Erfahrung und das Ding an sich so außerordentlich verschieden und getrennt, dass er den Schluss von jener auf dieses ablehnt oder auf eine schauerlich geheimnisvolle Weise zum Aufgeben unseres Intellektes, unseres persönlichen Willens auffordert, um dadurch zum Wesenhaften zu kommen, dass man wesenhaft werde. Wiederum haben andere alle charakteristischen Züge unserer Welt der Erscheinung, das heißt der aus intellektuellen Irrtümern herausgesponnenen und uns angeerbten Vorstellung von der Welt zusammengelesen und statt des Intellekts als Schuldigen anzuklagen, das Wesen der Dinge als Ursache dieses tatsächlichen, sehr unheimlichen Weltcharakters angeschuldigt und die Erlösung vom Sein gepredigt. Mit all diesen Auffassungen wird der stetige und mühsame Prozess der Wissenschaft, welche zuletzt einmal in einer Entstehungsgeschichte des Denkens seinen höchsten Triumph feiert, in entscheidender Weise fertig werden, dessen Resultat vielleicht auf diesen Satz hinauslaufen dürfte. Das, was wir jetzt die Welt nehmen, ist das Resultat einer Menge von Irrtümern und Fantasien, welche in der gesamten Entwicklung der organischen Wesen allmählich entstanden, ineinander verwachsen sind und uns jetzt als aufgesammelter Schatz der ganzen Vergangenheit vererbt werden, als Schatz. Denn der Wert unseres Menschentums ruht darauf. Von dieser Welt der Vorstellung vermag uns die strenge Wissenschaft tatsächlich nur in geringem Maße zu lösen, wie es auch gar nicht zu wünschen ist, insofern sie die Gewalt uralte Gewohnheiten der Empfindung nicht wesentlich zu brechen vermag. Aber sie kann die Geschichte der Entstehung jener Welt als Vorstellung ganz allmählich und schrittweise aufhellen und uns wenigstens für Augenblicke über den ganzen Vorgang hinausheben. Vielleicht erkennen wir dann, dass das Ding an sich eines homerischen Gelächters wert ist, dass es so viel, ja alles schien und eigentlich leer, nämlich bedeutungsleer ist. Metaphysische Erklärungen Der junge Mensch schätzt metaphysische Erklärungen, weil sie ihm in Dingen, welche er unangenehm oder verächtlich fand, etwas höchst Bedeutungsvolles aufweisen. Und ist er mit sich unzufrieden, so erleichtert sich dieses Gefühl, wenn er das innerste Welträtsel oder Weltelend in dem wiedererkennt, was er so sehr an sich missbilligt. Sich unverantwortlicher fühlen und die Dinge zugleich interessanter finden, das gilt ihm als die doppelte Wohltat, welche er der Metaphysik verdankt. Später freilich bekommt er Misstrauen gegen die ganze metaphysische Erklärungsart, denn er sieht vielleicht ein, dass jene Wirkungen auf einem anderen Wege ebenso gut und wissenschaftlicher zu erreichen sind. Dass physische und historische Erklärungen mindestens ebenso sehr jenes Gefühl der Unverantwortlichkeit herbeiführen und dass jenes Interesse am Leben und seinen Problemen vielleicht noch mehr dabei entflammt wird. Grundfragen der Metaphysik Wenn einmal die Entstehungsgeschichte des Denkens geschrieben ist, so wird auch der folgende Satz eines ausgezeichneten Logikers von einem neuen Lichter erhellt dastehen. Das ursprüngliche allgemeine Gesetz des erkennenden Subjekts besteht in der inneren Notwendigkeit jeden Gegenstand an sich in seinem eigenen Willen als einen mit sich selbst identischen also selbst existierenden und im Grunde stets gleichbleibenden und Unwandelbaren kurz als eine Substanz zu erkennen. Auch dieses Gesetz, welches hier ursprünglich genannt wird, ist geworden. Es wird einmal gezeigt werden, wie allmählich in den niederen Organismen dieser Hang entsteht, wie die blöden Maulwurfsaugen diese Organisationen zuerst nichts als immer das Gleiche sehen, wie dann, wenn die verschiedenen Erregungen von Lust und Unlust bemerkbarer werden, allmählich verschiedene Substanzen unterschieden werden, aber jede mit einem Attribut, das heißt mit einer einzigen Beziehung zu einem solchen Organismus. Die erste Stufe des Logischen ist das Urteil, dessen Wesen besteht nach der Feststellung der besten Logiker im Glauben. Allem zugrunde liegt die Empfindung des Angenehmen oder Schmerzhaften in Bezug auf das empfindende Subjekt. Eine neue dritte Erfindung als Resultat zweier vorangegangenen einzelnen Erfindungen ist das Urteil in seiner niedrigsten Form. Uns organische Wesen interessiert ursprünglich nichts an jedem Dinge als sein Verhältnis zu uns in Bezug auf Lust und Schmerz. Zwischen den Momenten, wo wir uns dieser Beziehung bewusst werden, den Zuständen des Empfindens liegen solche der Ruhe des Nichtsempfindens. Da ist die Welt und jedes Ding für uns interessenlos, wir bemerken keine Veränderung an ihm, wie jetzt noch ein heftig Interessierter nicht merkt, dass jemand an ihm vorbeigeht. Für die Pflanze sind gewöhnlich alle Dinge ruhig, ewig, jedes Ding sich selbst gleich. Aus der Periode der niedrigeren Organismen her ist dem Menschen der Glaube vererbt, dass es gleiche Dinge gibt. Erst die durch höchste Wissenschaft ausgebildete Erfahrung widerspricht diesem Satze. Der Urglaube alles Organischen von Anfang an ist vielleicht sogar, dass die ganze übrige Welt eins und unbewegt ist. Am fernsten liegt für jene Urstufe des Logischen der Gedanke an Kausalität. Ja, jetzt noch meinen wir im Grunde alle Empfindungen Akte des freien Willens. Wenn das fühlende Individuum sich selbst betrachtet, so hält es jede Empfindung, jede Veränderung für etwas Isoliertes, das heißt Unbedingtes, Zusammenhangloses. Es taucht aus uns auf, ohne Verbindung mit früheren oder späterem. Wir haben Hunger, aber meinen ursprünglich nicht, dass der Organismus erhalten werden will, sondern jenes Gefühl scheint sich ohne Grund und zweck geltend zu machen. Es isoliert sich und hält sich für willkürlich. Also der Glaube an die Freiheit des Willens ist ein ursprünglicher Irrtum alles Organischen, so alt, als die Regungen des Logischen in ihm existieren. Der Glaube an unbedingte Substanzen und an gleiche Dinge ist ebenfalls ein ursprünglicher, ebenso alter Irrtum alles Organischen. Insofern aber alle Metaphysik sich vornehmlich mit Substanz und Freiheit des Willens abgegeben hat, so darf man sie als Wissenschaft bezeichnen, welche von den Grund Irrtümern des Menschen handelt, doch so als wären es Grund Wahrheiten. Die Zahl Die Erfindung der Gesetze der Zahlen ist aufgrund des ursprünglich schon herrschenden Irrtums gemacht, dass es mehrere gleiche Dinge gebe, aber tatsächlich gibt es nichts Gleiches. Mindestens, dass es Dinge gebe, aber es gibt kein Ding. Die Annahme der Vielheit setzt immer schon voraus, dass es etwas gebe, was vielfach vorkommt. Aber gerade schon hier waltet der Irrtum schon da fingieren wir Wesen, Einheiten, die es nicht gibt. Unsere Empfindungen von Raum und Zeit sind falsch, denn sie führen konsequent geprüft auf logische Widersprüche. Bei allen wissenschaftlichen Feststellungen rechnen wir unvermeidlich immer mit einigen falschen Größen, aber weil diese Größen wenigstens konstant sind, wie zum Beispiel unsere Zeit- und Raum- Empfindung, so bekommen die Resultate der Wissenschaft doch eine vollkommene Strenge und Sicherheit in ihrem Zusammenhang miteinander. Man kann auf ihnen fortbauen, bis an jenes letzte Ende, wo die irrtümliche Grundannahme, jene konstanten Fehler, in Widerspruch mit den Resultaten treten, zum Beispiel in der Atomenlehre. Da fühlen wir uns immer noch zur Annahme eines Dinges oder stofflichen Substrats, das bewegt wird, gezwungen, während die ganze wissenschaftliche Prozedur eben die Aufgabe verfolgt hat, alles Dingartige, Stoffliche in Bewegungen aufzulösen. Wir scheiden auch hier noch mit unserer Empfindung Bewegendes und Bewegtes und kommen aus diesem Zirkel nicht heraus, weil der Glaube an Dinge mit unserem Wesen von Alters her verknotet ist. Wenn Kant sagt, der Verstand schöpft seine Gesetze nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor, so ist dies in Hinsicht auf den Begriff der Natur völlig wahr, welchen wir genötigt sind, mit ihm zu verbinden. Natur ist Welt als Vorstellung, das heißt als Irrtum, welche aber in die Aufsummierung einer Menge von Irrtümern des Verstandes ist. Auf eine Welt, welche nicht unsere Vorstellungen ist, sind die Gesetze der Zahlen gänzlich unanwendbar. Diese gelten allein Einige Sprossen zurück. Die eine, gewiss sehr hohe Stufe der Bildung ist erreicht, wenn der Mensch über abergläubische und religiöse Begriffe und Ängste hinauskommt und zum Beispiel nicht mehr an die lieben Englein oder die Erbsünde glaubt, auch vom Heil der Seelen zu reden verlernt hat. Ist er auf dieser Stufe der Befreiung, so hat er auch noch mit höchster Anspannung seine Besonnenheit die Metaphysik zu überwinden. Dann aber ist eine rückläufige Bewegung nötig. Er muss die historische Berechtigung, ebenso die psychologische in solchen Vorstellungen begreifen. Er muss erkennen, wie die größte Förderung der Menschheit von dort her gekommen sei und wie man sich ohne eine solche rückläufige Bewegung der besten Ergebnisse der bisherigen Menschheit berauben würde. In Betreff der philosophischen Metaphysik sehe ich jetzt immer mehrere, welche an das negative Ziel, dass jede positive Metaphysik Irrtum ist, gelangt sind, aber noch wenige, welche einige Sprossen rückwärts steigen. Man soll nämlich über die letzte Sprosse der Leiter wohl hinausschauen, aber nicht auf ihr stehen wollen. Die Aufgeklärten bringen es nur so weit, sich von der Metaphysik zu befreien und mit Überlegenheit während es doch auch hier, wie im Hippodrom, Not tut, um das Ende der Bahn herumzubiegen. Mutmaßlicher Sieg der Skepsis Man lasse einmal den skeptischen Ausgangspunkt gelten, gesetzt es gäbe keine andere metaphysische Welt und alle aus der Metaphysik genommenen Erklärungen der uns einzig bekannten Welt wären unbrauchbar für uns, mit welchem Blick würden wir dann auf die Menschen und Dinge sehen. Dies kann man sich ausdenken, es ist nützlich, selbst wenn die Frage, ob etwas Metaphysisches wissenschaftlich durch Kant und Schopenhauer bewiesen sei, einmal abgelehnt würde. Denn es ist nach historischer Wahrscheinlichkeit sehr gut möglich, dass die Menschen einmal in dieser Beziehung im Ganzen und Allgemeinen skeptisch werden. Da lautet also die Frage, wie wird sich dann die menschliche Gesellschaft unter dem Einfluss einer solchen Gesinnung gestalten? Vielleicht ist der wissenschaftliche Beweis irgendeiner metaphysischen Welt genauso schwierig, dass die Menschheit ein Misstrauen gegen ihn nicht mehr los wird. Und wenn man gegen die Metaphysik Misstrauen hat, so gibt es im Ganzen und Großen dieselben Folgen, wie wenn sie direkt widerlegt wäre und man nicht mehr an sie glauben dürfte. Die historische Frage in Betreff einer unmetaphysischen Gesinnung der Menschheit bleibt in beiden Fällen dieselbe. Unglaube an das Monumentum Aere Perennius. Ein wesentlicher Nachteil, welchen das Aufhören metaphysischer Ansichten mit sich bringt, liegt darin, dass das Individuum zu streng seine kurze Lebenszeit ins Auge fasst und keine stärkeren Antriebe empfängt, an dauerhaften, für Jahrhunderte angelegten Institutionen zu bauen. Es will die Frucht selbst vom Baume pflücken, den es pflanzt, und deshalb mag es jene Bäume nicht mehr pflanzen, welche eine jahrhundertlange gleichmäßige Pflege erfordern und welche lange Reihenfolgen von Geschlechtern zu überschatten bestimmt sind. Denn metaphysische Ansichten geben den Glauben, dass in ihnen das letzte endgültige Fundament gegeben sei, auf welchem sich nunmehr alle Zukunft der Menschheit niederzulassen und anzubauen genötigt sei. Der Einzelne fördert sein Heil, wenn er zum Beispiel eine Kirche, ein Kloster stiftet. Es wird ihm, so meint er, mit ewigen Fortleben der Seele angerechnet und vergolten. Es ist Arbeit am ewigen Heil der Seele. Kann die Wissenschaft auch solchen Glauben an ihre Resultate erwecken? In der Tat braucht sie den Zweifel und das Misstrauen als treuesten Bundesgenossen. Trotzdem kann mit der Zeit die Summe der Unantastbaren, das heißt alle Stürme der Skepsis, alle Zersetzungen überdauernden Wahrheiten so groß werden, zum Beispiel in der Diätetik der Gesundheit, dass man sich daraufhin entschließt, ewige Werke zu gründen. Einstweilen wirkt der Kontrast unseres aufgeregten ephemeren Daseins gegen die langatmige Ruhe metaphysischer Zeitalter noch zu stark, weil die beiden Zeiten noch zu nahe gestellt sind. Der einzelne Mensch selber durchläuft jetzt so viele innere und äußere Entwicklungen, als dass er auch nur auf seine eigene Lebenszeit sich dauerhaft und eins für allemal einzurichten wagt. Ein ganz moderner Mensch, der sich zum Beispiel ein Haus bauen will, hat dabei ein Gefühl, als ob er bei lebendigem Leibe sich in ein Mausoleum vermauern wolle. Zeitalter der Vergleichung Je weniger den Menschen durch das Herkommen gebunden sind, umso größer wird die innere Bewegung der Motive, umso größer wiederum dementsprechend die äußere Unruhe, das Durcheinander Fluten der Menschen, die Polyphonie der Bestrebungen. Für wen gibt es jetzt noch einen strengen Zwang, an einem Ort sich und seinen Nachkommen anzubinden? Für wen gibt es überhaupt noch etwas streng Bindendes? Wie alle Stilarten der Künste nebeneinander nachgebildet werden, so auch alle Stufen und Arten der Moralität, der Sitten, der Kulturen. Ein solches Zeitalter bekommt seine Bedeutung dadurch, dass in ihm die verschiedenen Weltbetrachtungen, Sitten, Kulturen verglichen und nebeneinander durchlebt werden können. Was früher bei der immer lokalisierten Herrschaft jeder Kultur nicht möglich war, entsprechend der Gebundenheit aller künstlerischen Stilarten an Ort und Zeit. Jetzt wird eine Vermehrung des ästhetischen Gefühls endgültig unter so vielen der Vergleichung sich darbietenden Formen entschieden. Sie wird die meisten, nämlich alle, welche durch dasselbe abgewiesen werden, absterben lassen. Ebenso findet jetzt ein Auswählen in den Formen und Gewohnheiten der höheren Sittlichkeit statt, deren Ziel kein anderes als der Untergang der niedrigen Sittlichkeiten sein kann. Es ist das Zeitalter der Vergleichung. Das ist sein Stolz, aber billigerweise auch sein Leiden. Fürchten wir uns vor diesem Leiden nicht. Vielmehr wollen wir die Aufgabe, welche das Zeitalter uns stellt, als wir nur vermögen. So wird uns die Nachwelt darum segnen. Eine Nachwelt, die ebenso sich über die abgeschlossenen originalen Volkskulturen hinausweiß, als über die Kultur der Vergleichung, aber auf beide Arten der Kultur, als auf verehrungswürdige Altertümer mit Dankbarkeit zurückblickt. Möglichkeit des Fortschritts Wenn ein Gelehrter der alten Kultur es verschwört, nicht mehr mit Menschen umzugehen, welche an den Fortschritt glauben, so hat er Recht. Denn die alte Kultur hat ihre Größe und Güte hinter sich und die historische Bildung zwingt einen zuzugestehen, dass sie nie wieder frisch werden kann. Es ist ein unausstehlicher Stumpfsinn oder ebenso unleidliche Schwärmerei nötig, um dies zu leugnen. Aber die Menschen können mit Bewusstsein beschließen, sich zu einer neuen Kultur fortzuentwickeln, wenn sie sich früher unbewusst und zufällig entwickelten. Sie können jetzt bessere Bedingungen für die Entstehung der Menschen, ihre Ernährung, Erziehung Unterrichtung schaffen, die Erde als Ganzes ökonomisch verwalten, die Kräfte der Menschen überhaupt gegeneinander abwägen und einsetzen. Diese neue bewusste Kultur tötet die Alte, welche als Ganzes angeschaut ein unbewusstes Tier- und Pflanzenleben geführt hat. Sie tötet auch das Misstrauen gegen den Fortschritt. Er ist möglich. Ich will sagen, es ist voreilig und fast unsinnig, zu glauben, dass der Fortschritt notwendig erfolgen müsse. Aber wie könnte man leugnen, dass er möglich sei? Dagegen ist ein Fortschritt im Sinne und auf dem Wege der alten Kultur nicht einmal denkbar. Wenn romantische Fantastik immerhin auch das Wort Fortschritt in ihren Zielen, zum Beispiel abgeschlossenen originalen Volkskulturen gebraucht, jedenfalls entlehnt sie das Bild davon aus der Vergangenheit. Ihr Denken und Vorstellen ist auf diesem Gebiete ohne jede Originalität. Privat und Weltmoral Seitdem der Glaube aufgehört hat, dass ein Gott die Schicksale der Welt im Großen leite und trotz aller anscheinenden Krümmungen im Pfade der Menschheit sie doch herrlich hinausführte, müssen die Menschen selber sich ökumenische, die ganze Erde um spannende Ziele stellen. Die ältere Moral, namentlich die Kants, verlangt vom einzelnen Handlungen, welche man von allen Menschen wünscht. Das war eine schöne naive Sache. Als ob ein jeder ohne weiteres wüsste, bei welcher Handlungsweise das Ganze der Menschheit wohlfahre, also welche Handlungen überhaupt wünschenswert seien. Es ist eine Theorie wie die vom Freihandel, voraussetzend, dass die allgemeine Harmonie sich nach eingeborenen Gesetzen des Besserwerdens von selbst ergeben müsse. Vielmehr lässt es ein zukünftiger Überblick über die Bedürfnisse der Menschheit durchaus nicht wünschenswert erscheinen, dass alle Menschen gleich handeln, vielmehr dürften im Interesse ökonomischer Ziele für ganze Strecken der Menschheit spezielle, vielleicht unter Umständen sogar böse, Aufgaben zu stellen sein. Jedenfalls muss, wenn die Menschheit sich nicht durch eine solche bewusste Gesamtregierung zugrunde richten soll, vorher eine alle bisherigen gerade übersteigende Kenntnis der Bedingungen der Kultur als wissenschaftlicher Maßstab für ökumenische Ziele gefunden sein. Hierin liegt die ungeheure Aufgabe der großen Geister des nächsten Jahrhunderts. Die Reaktion als Fortschritt. Mitunter erscheinen schroffe, gewaltsame und fortreißende, aber trotzdem zurückgebliebene Geister, welche eine vergangene Phase der Menschheit noch einmal heraufbeschwören. Sie dienen zum Beweis, dass die neuen Richtungen, welchen sie entgegenwirken, noch nicht kräftig genug sind, dass etwas an ihnen fehlt. Sonst würden sie jenen Beschwörern bessern Widerpart halten. So zeugt zum Beispiel Luthers Reformation dafür, dass in seinem Jahrhundert alle Regungen der Freiheit des Geistes noch unsicher, zart, jugendlich waren. Die Wissenschaft konnte noch nicht ihr Haupt erheben. Die gesamte Renaissance erscheint wie ein erster Frühling, der fast wieder weggeschneit wird. Aber auch in unserem Jahrhundert bewies Schopenhauers Metaphysik, dass auch jetzt der wissenschaftliche Geist noch nicht kräftig genug ist. So konnte die ganze mittelalterliche christliche Weltbetrachtung und Menschempfindung noch einmal in Schopenhauers Lehre trotz der längst errungenen Vernichtung aller christlichen Dogmen eine Auferstehung feiern. Viel Wissenschaft klingt in seine Lehre hinein, aber sie beherrscht dieselbe nicht, sondern das alte wohlbekannte metaphysische Bedürfnis. Es ist gewiss einer der größten und ganz unschätzbaren Vorteile, welche wir aus Schopenhauer gewinnen, dass er unsere Empfindung zeitweilig in ältere, mächtige Betrachtungsarten der Welt und Menschen zurückzwingt, zu welchen sonst uns so leicht kein Pfad führen würde. Der Gewinn für die Historie und die Gerechtigkeit ist sehr groß. Ich glaube, dass es jetzt niemandem so leicht gelingen würde, ohne Schopenhauers Beihilfe dem Christentum und seinen asiatischen Verwandten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, das namentlich von Boden des noch vorhandenen Christentums aus unmöglich ist. Erst nach diesem großen Erfolge der Gerechtigkeit, erst nachdem wir die historische Betrachtungsart, welche die Zeit der Aufklärung mit sich brachte, in einem so wesentlichen Punkte korrigiert haben, dürfen wir die Fahne der Aufklärung, die Fahne mit den drei Namen Petrarca, Erasmus, Voltaire, von Neuem Weitertragen. Wir haben aus der Reaktion einen Fortschritt gemacht. Ersatz der Religion Man glaubt einer Philosophie etwas Gutes nachzusagen, wenn man sie als Ersatz der Religion für das Volk hinstellt. In der Tat bedarf es in einer geistigen Ökonomie gelegentlich überleitender Gedankenkreise. So ist der Übergang aus Religion in wissenschaftliche Betrachtung ein gewaltsamer, gefährlicher Sprung, etwas, das zu widerraten ist. Insofern hat man mit jener Anempfehlung recht. Aber endlich sollte man doch auch lernen, dass die Bedürfnisse, welche die Religion befriedigt hat und nur die Philosophie befriedigen soll, nicht unwandelbar sind. Diese selbst kann man schwächen und ausrotten. Man denke zum Beispiel an die christliche Seelennot, das Seufzen über die innere Verderbtheit, die Sorge um das Heil, alles Vorstellungen, welche nur aus Irrtümern der Vernunft herrühren und gar keine Befriedigung, sondern Vernichtung verdienen. Eine Philosophie kann entweder so nützen, dass jene Bedürfnisse auch befriedigt oder dass sie dieselben beseitigt. Denn es sind angelernte, zeitlich begrenzte Bedürfnisse, welche auf Voraussetzungen beruhen, die denen der Wissenschaft widersprechen. Hier ist, um einen Übergang zu machen, die Kunst viel eher zu benutzen, um das mit Empfindungen überladene Gemüt zu erleichtern. Denn durch sie werden jene Vorstellungen viel weniger unterhalten, als durch eine metaphysische Philosophie. Von der Kunst aus kann man dann leichter in eine wirklich befreiende philosophische Wissenschaft übergehen. Verrufene Worte Weg mit den bis zum Überdruss verbrauchten Wörtern Optimismus und Pessimismus. Denn der Anlass, sie zu gebrauchen, fehlt von Tag zu Tag mehr. Nur die Schwätzer haben sie jetzt noch so unumgänglich nötig. Denn weshalb in aller Welt sollte jemand Optimist sein wollen, wenn er nicht einen Gott zu verteidigen hat, welcher die Beste der Welten geschaffen haben muss, weil er selber das Gute und Vollkommene ist. Welcher Denkende hat aber die Hypothese eines Gottes noch nötig? Es fehlt aber auch jeder Anlass zu einem pessimistischen Glaubensbekenntnis, wenn man nicht ein Interesse daran hat, den Advokaten Gottes, den Theologen oder den theologisierenden Philosophen ärgerlich zu werden und die Gegenbehauptung kräftig aufzustellen, dass das Böse regiere, dass die Unlust größer sei als die Lust, dass die Welt ein Menschenwerk, die Erscheinung eines bösen Willens zum Leben sei. Wer bekümmert sich jetzt noch um die Theologen außer den Theologen? Abgesehen von aller Theologie und ihrer Bekämpfung liegt es auf der Hand, dass die Welt nicht gut und nicht böse, geschweige denn die Beste oder die schlechteste ist, und dass diese Begriffe gut und böse nur in Bezug auf Menschen Sinn haben, das Tier in der Weise, wie sie gewöhnlich gebraucht werden, nicht berechtigt sind. Der schimpfenden und verherrlichenden Weltbetrachtung müssen wir uns in jedem Falle entschlagen. Vom Dufte der Blüten berauscht Das Schiff der Menschheit, meint man, hat einen immer stärkeren Tiefgang, je mehr es belastet wird. Man glaubt, je tiefer der Mensch denkt, je zarter er fühlt, je höher er sich schätzt, je weiter seine Entfernung von den anderen Tieren wird, je mehr er als das Genie unter den Tieren erscheint, umso näher werde er dem wirklichen Wesen der Welt und deren Erkenntnis kommen. Dies tut er auch wirklich durch die Wissenschaft, aber er meint, dies noch mehr durch seine Religionen und Künste zu tun. Diese sind zwar eine Blüte der Welt, aber durchaus nicht der Wurzel der Welt näher, als der Stängel ist. Man kann aus ihnen das Wesen der Dinge gerade gar nicht besser verstehen, ob schon dies fast jedermann glaubt. Der Irrtum hat den Menschen so tief, zart, erfinderisch gemacht, eine solche Blüte wie Religionen und Künste herauszutreiben. Das reine Erkennen wäre dazu außerstande gewesen. Wer uns das Wesen der Welt enthüllte, würde uns allen die unangenehmste Enttäuschung machen. Nicht die Welt als Ding an sich, sondern die Welt als Vorstellung, als Irrtum, ist so bedeutungsreich, reif, wundervoll, Glück und Unglück im Schoße tragend. Dieses Resultat führt zu einer Philosophie der logischen Weltverneinung, welche übrigens sich mit einer praktischen Weltbejahung ebenso gut wie mit deren Gegenteile vereinigen lässt. Schlechte Gewohnheiten im Schließen Die gewöhnlichsten Irrschlüsse der Menschheit sind diese. Eine Sache existiert, also hat sie ein Recht. Hier wird aus der Lebensfähigkeit auf die Zweckmäßigkeit, aus der Zweckmäßigkeit auf die Rechtmäßigkeit geschlossen. Sodann eine Meinung beglückt, also ist sie die Wahre, ihre Wirkung ist gut, also ist sie selber gut und wahr. Hier legt man der Wirkung das Prädikat beglückend gut im Sinne des Nützlichen bei und versieht nun die Ursache mit dem selben Prädikat gut, aber hier im Sinne des logisch Gültigen. Die Umkehrung der Sätze lautet, eine Sache kann sich nicht durchsetzen, erhalten, also ist sie Unrecht. Eine Meinung quält, regt auf, also ist sie falsch. Der Freigeist, der das Fehlerhafte dieser Art zu schließen, nur allzu häufig kennenlernt und an ihren Folgen zu leiden hat, unterliegt oft der Verführung, die entgegengesetzten Schlüsse zu machen, welche im Allgemeinen natürlich ebenso sehr Irrschlüsse sind. Eine Sache kann sich nicht durchsetzen, also ist sie gut. Eine Meinung macht Not beunruhigt, also ist sie wahr. Das Unlogische notwendig Zu den Dingen, welche einen Denker in Verzweiflung bringen können, gehört die Erkenntnis, dass das Unlogische für den Menschen nötig ist und dass aus dem Unlogischen vieles Gute entsteht. Es steckt so fest in den Leidenschaften, in der Sprache, in der Kunst, in der Religion und überhaupt in allem, was dem Leben Wert verleiht, dass man es nicht herausziehen kann, ohne damit diese schönen Dinge heillos zu beschädigen. Es sind nur die allzu naiven Menschen, welche glauben können, dass die Natur des Menschen in eine rein logische verwandelt werden könne. Wenn es aber gerade der Annäherung an dieses Ziel geben sollte, was würde da nicht alles auf diesem Wege verloren gehen müssen? Auch der vernünftigste Mensch bedarf von Zeit zu Zeit wieder der Natur, das heißt seine unlogischen Grundstellung zu allen Dingen. Ungerecht sein notwendig. Alle Urteile über den Wert des Lebens sind unlogisch entwickelt und deshalb ungerecht. Die Unreinheit des Urteils liegt erstens in der Art, wie das Material vorliegt, nämlich sehr unvollständig, zweitens in der Art, wie daraus die Summe gebildet wird und drittens darin, dass jedes einzelne Stück des Materials wieder das Resultat unreinen Erkennens ist, und zwar dies mit voller Notwendigkeit. Keine Erfahrung zum Beispiel über einen Menschen stünde uns auch noch so nahe, kann vollständig sein, so dass wir ein logisches Recht zu einer Gesamtabschätzung desselben hätten. Alle Schätzungen sind voreilig und müssen es sein. Endlich ist das Maß, womit wir messen, unser Wesen keine unabänderliche Größe, wir haben Stimmungen und Schwankungen und doch müssten wir uns selbst als ein festes Maß kennen, um das Verhältnis irgendeiner Sache zu uns gerecht abzuschätzen. Vielleicht wird aus alledem folgen, dass man gar nicht urteilen sollte. Wenn man aber nur leben könnte, ohne abzuschätzen, ohne Abneigung oder Zuneigung zu haben, denn alles abgeneigt sein, hängt mit einer Schätzung zusammen, ebenso sehr alles geneigt sein, ein Trieb zu etwas oder von etwas weg, ohne ein Gefühl davon, dass man das förderliche wolle, dem schädlichen Ausweiche, ein Trieb ohne eine Art von erkennender Abschätzung über den Wert des Zieles existiert beim Menschen nicht. Wir sind von vornherein unlogische und daher ungerechte Wesen und können dies erkennen. Dies ist eine der größten und unauflösbarsten Disharmonien des Daseins. Der Irrtum über das Leben zum Leben notwendig. Jeder Glaube an Wert und Würdigkeit des Lebens beruht auf unreinem Denken. Er ist allein dadurch möglich, dass das Mitgefühl für das allgemeine Leben und Leiden der Menschheit sehr schwach im Individuum entwickelt ist. Auch die selteneren Menschen, welche überhaupt über sich hinaus denken, fassen nicht dieses allgemeine Leben, sondern abgegrenzte Teile desselben ins Auge. Versteht man es, sein Augenmerk vornehmlich auf Ausnahmen, ich meine auf die hohen Begabungen und die reichen Seelen zu richten, nimmt man deren Entstehung zum Ziel der ganzen Weltentwicklung und erfreut sich an deren Wirken, so mag man an den Wert des Lebens glauben, weil man nämlich die anderen Menschen dabei übersieht, also unrein denkt. Und ebenso, wenn man zwar alle Menschen ins Auge fasst, aber in ihnen nur eine Gattung von Trieben, die weniger egoistischen gelten lässt und sie in Betreff der anderen Triebe entschuldigt, dann kann man wiederum von der Menschheit im Ganzen etwas hoffen und insofern an den Wert des Lebens glauben, also auch in diesem Falle durch Unreinheit des Denkens. Mag man sich aber so oder so verhalten, man ist mit diesem Verhalten eine Ausnahme unter den Menschen. Nun ertragen aber gerade die allermeisten Menschen das Leben ohne erheblich zu murren und glauben somit an den Wert des Daseins, aber gerade dadurch, dass sich jeder allein will und behauptet und nicht aus sich heraustritt wie jene Annahmen, alles Außerpersönliche ist ihnen gar nicht oder höchstens als ein schwacher Schatten bemerkbar. Also darauf allein beruht der Wert des Lebens für den gewöhnlichen alltäglichen Menschen, dass er sich wichtiger nimmt als die Welt. Der große Mangel an Fantasie, an dem er leidet, macht, dass er sich nicht in andere Wesen hineinfühlen kann und daher so wenig als möglich an ihrem Los und Leiden teilnimmt. Wer dagegen wirklich daran teilnehmen könnte, müsste am Werte des Lebens verzweifeln. Gelänge es ihm, das Gesamtbewusstsein der Menschheit in sich zu fassen und zu empfinden, er würde mit einem Fluche gegen das Dasein zusammenbrechen. Denn die Menschheit hat im Ganzen keine Ziele, folglich kann der Mensch in Betrachtung des ganzen Verlaufs nicht darin seinen Trost und Halt finden, sondern eine Verzweiflung. Sieh dabei allem, was er tut, auf die letzte Ziellosigkeit der Menschen, so bekommt sein eigenes Wirken in seinen Augen den Charakter der Vergeudung. Sich aber als Menschheit und nicht nur als Individuum ebenso vergeudet zu fühlen, wie wir die einzelne Blüte von der Natur vergeudet sehen, ist ein Gefühl über alle Gefühle. Wer ist aber dessen fähig? Gewiss nur ein Dichter und Dichter wissen sich immer zu trösten. Zur Beruhigung. Aber wird so unsere Philosophie nicht zur Tragödie? Wird die Wahrheit nicht dem Leben, dem Besseren feindlich? Eine Frage scheint uns die Zunge zu beschweren und doch nicht laut werden zu wollen, ob man bewusst in der Unwahrheit bleiben könne? Oder wenn man dies müsse, ob nicht der Tod vorzuziehen sei? Denn ein Sollen gibt es nicht mehr. Die Moral, insofern sie ein Sollen war, ist ja durch unsere Betrachtungsart ebenso sehr vernichtet wie die Religion. Die Erkenntnis kann als Motive nur Lust und Unlust Nutzen und Schaden bestehen lassen. Hier aber werden diese Motive sich mit dem Sinne für Wahrheit auseinandersetzen. Auch sie berühren sich ja in Irrtümern, insofern wie gesagt Neigung und Abneigung und ihre sehr ungerechten Messungen unsere Lust und Unlust wesentlich bestimmen. Das ganze menschliche Leben ist tief in die Unwahrheit eingesenkt. Der Einzelne aus diesem Brunnen herausziehen, ohne dabei seiner Vergangenheit aus tiefstem Grunde Gram zu werden, ohne seine gegenwärtigen Motive wie die der Ehre ungereim zu finden und den Leidenschaften, welche zur Zukunft und zu einem Glück in derselben hindrängen, Hohn und Verachtung entgegen zu stellen. Es ist wahr, lieber einzig noch eine Denkweise übrig, welche als persönliches Ergebnis die Verzweiflung, als nach aus alter vererbter Gewöhnung her, allmählich aber unter dem Einfluss der reinigenden Erkenntnis schwächer würden. Man lebte zuletzt unter den Menschen und mit sich wie in der Natur, ohne Lob, Vorwürfe, Ereiferungen, an vielen sich wie an einem Schauspiel weidend, vor dem man sich bisher nur zu fürchten hatte. Man wäre die Emphasis los und würde die Anstachelung des Gedankens, dass man nicht nur Natur oder mehr als Natur sei, nicht weiterempfinden. Freilich gehörte hierzu, wie gesagt, ein gutes Temperament, eine gefestete, milde und im Grunde frohsinnige Seele, eine Stimmung, welche nicht vor Tücken und plötzlichen Ausbrüchen auf der Hut zu sein brauchte und in ihren Äußerungen nichts von dem knurrenden Tone und der Verbissenheit an sich trüge, jenen bekannten lästigen Eigenschaften alter Hunde und Menschen, die lange an der Kette gelegen haben. Vielmehr muss ein Mensch, von dem in solchem Maße die gewöhnlichen Fesseln des Lebens abgefallen sind, dass er nur deshalb weiterlebt, um immer besser zu erkennen, auf vieles, ja fast alles, was bei den anderen Menschen Wert hat, ohne Neid und Verdruss verzichten können, ihm muss als der wünschenswerteste Zustand jenes freie, furchtlose Schweben über Menschen, Sitten, Gesetzen und den herkömmlichen Schätzungen der Dinge genügen. Die Freude an diesem Zustande teilt er gern mit, und er hat vielleicht nichts anderes mitzuteilen, worin freilich eine Entbehrung, eine Entsagung mehr liegt. Will man aber trotzdem mehr von ihm, so wird er mit wohlwollendem Kopfschütteln auf seinen Bruder hingewiesen, den freien Menschen der Tat und vielleicht ein wenig Spott nicht verfehlen, denn mit dessen Freiheit hat es eine eigene Bewandtnis.